Jo Leute, was geht? Willkommen zurück. Erstmal We Were Here Forever zusammen mit der Jasmin, X-Jasami. Ich weiß nicht viel vom Game, auf jeden Fall kann man das Koop zusammenspielen. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei den Highlights. Wenn ihr auch die nächsten Folgen sehen wollt, abonniert den Kanal und viel Spaß. Bei mir ist jetzt da so ein Häkchen über meinen... Bereit, Spiel startet. Oh, 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 jetzt geht's los. Oh, je. Ich bin echt gespannt. Ich habe nichts von diesem Spiel gesehen oder gehört. Hallo, Tatja. Ja, ich auch gar nichts. Ich habe mir nur den Trailer reingezogen, den ihr mir geschickt habt. Rolfo, ein. Hm. Zwei Towers, bathed in red. A king, broken. Secrets, unspoken. A way home. A way home for those love, dead, 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 escape or face defeat. Hm. Let's see which fate our guests shall meet. Oha. Gutes hoffentlich. War es schon so viel für dich? Also, ich... Die Story ist ja so, dass wir irgendwie... ...nur überleben können, wenn wir hier aus diesem Schloss entfliehen können oder so, ne? Mhm. Okay, klar. Okay, das ist anscheinend ein bisschen Horror. Ist ja genau meins. Ja, ein bisschen. Aber nicht so richtig Horror. Würde ich jetzt nicht so sagen. Äh, sprich mit deinem Partner, Indien Schaifrecher. Moin. Hallo. Hallo, hallo. Ja, wir machen ja eh ohne so. Wir haben ja den Discord, das hat ja... LT. Hallo, hallo. Mhm. Ähm, spielst du mit Controller oder mit Maustastatron? Äh, Controller. Okay, ich auch, sehr gut. Erstmal, okay, ja. Ihr müsst euch immer sagen, was ihr seht. Ja, gut, ich, ähm... Bin in der Zelle irgendwie. Also, ich geh jetzt aus... Ja, ich geh da jetzt raus. Mein, das nehm ich auf. Okay. Hier sind noch ganz viele andere... Bist du noch in deiner Zelle drinnen? Ne, ich bin rausgegangen. Achso, du auch. Okay, weil hier sind noch ganz viele andere... Kann ich öffnen? Ach du Scheiße. Hier gibt's... Äh, okay. Okay, äh, R2 ist schnell laufen. Hui. Ach, das ist gut. Ich bin so schlecht mit... Aha. ...gempert. Äh, oh, was ist das denn? Ich hab da so'n Kreis, so'n, so'n, so'n Symbol. Weißt du, das ist ein Kreis, da drin ist ein Dreieck und da drin ist dann nochmal ein Stern. Hab ich auch. Vielleicht wird das nochmal wichtig. Sagst du, sagst du mir nochmal. Was? Eins, also von vorn nach hinten. Ein Kreis. Ah, warte. Hä? Und dann in den Kreis ist ein Dreieck und in dem Dreieck ein Stern. Okay, Stern. Dreieck. Dreieck, Kreis. Was ist das denn? Teile mit, was du siehst. Oh, unsere Teile. Machen wir ja gerade. Scheiße, ich bin am Dreieck schon wieder vorbei. Dreieck. Unsere Teile, okay. Ich muss, glaube ich, gleich mal die... Ah, guck mal, hat geklappt. Bin durch. Danke. Meine Tür hat sich auch bei mir geöffnet. Da komme ich noch nicht durch. Ähm. Oh, wir können springen. Hiiii. Hm, okay. Äh. Meinst du, man muss nur knobeln oder auch kämpfen? Äh, keine Ahnung. Okay. Kriechen. Ja, genau. Linker Stick reindrücken ist Kriechen. Genau. Aber ich will hier nichts verpassen. Ich kann hier nichts verpassen, weil hier nichts mehr ist. Also hier ist ein Hebel, den betätigt ich mal, ne? Warum nicht? Oh, da ist ein Gegner. Oh, oh. Sprinte, wenn du die Schelfe gedrückt hältst. Was ist das denn? Da kann ich nichts machen. Sprinte? Ähm, ich kann hier irgendwas hochziehen. Das mache ich mal. Mach mal. Ah, ich habe eine Tür aufgemacht. Ach so, ich muss sprinten auch. Okay, du hast das gleiche Weg. Ich habe es geschafft. Ich habe hier jetzt auch so einen, ähm, wie du eben Kreis und sowas. Sag, wenn du da an der Tür bist. Ja. Jetzt habe ich es aber geschafft. Ähm. Oh, ich habe hier auch noch mal was. Ja, ich brauche deins und du brauchst meins. Sag mal erst eins. Nee, warte, nee, warte, ja. Okay, warte kurz. Ähm, das ist ein, äh, ein. So eine Art Trapez. Aber mach mal, ach so, von innen nach außen wahrscheinlich, ne? Ja, so wie eben. Ähm, dann ist es so ein Blitz. Ah, Blitz? Habe ich, ja. Sekunde. Ähm. Ja. So ein Halbkreis, der aber geschlossen ist. Wie so eine aufgehende Sonne. Und, äh, dann so ein Trapez. Habe ich. Ging nicht. Okay. Äh. Warte. Es ist halt ein, ein Halbkreis, der quasi nach unten geöffnet ist. Ah, jetzt habe ich es. Aber zu ist. Okay. Und ich habe von innen, äh, so einen Diamanten. Äh, warte kurz, ich muss da erst was einsetzen. Warte mal. Ja, ja. Äh. Oh, okay. Ähm. Äh, einen Diamanten? Ja, so einen. Aber fangen wir, such mal irgendwo einen Kreis. Ach, hast du einen Diamanten? Ja, habe ich schon. Das nächste ist ein Fünfeck. Ein Fünfeck? Mhm. Ja. Und Kreis. Mhm. Ja, passt. Sehr gut. Ich soll noch etwas mitnehmen. Hier ist noch ein Buch oder so. Äh, nee, okay. Buchfall. Hinweise findest du im Menü. Hinweise. Ich will keine Hinweise. Nee. Wir schauen das so. Aber es sind auch nur, glaube ich, die Sachen, die uns hier so angezeigt werden. Äh. Ich kann eine Fackel nehmen. Ich habe jetzt eine Fackel. Die kann ich an- und ausmachen. Äh. Ich habe hier auch einen Gegner. Ach, der ist weggelaufen. Das ist so. Roboter. Mhm. Hier. Beleuchten. Beleuchten. Ich glaube, ich komme gleich nochmal an so einer Tür. Gito. Okay. Willst du erst meinen Code? Ähm. Ja. Ich muss meinen dann für dich noch suchen. Okay. Schieß los. Ups. Runtergefallen. Sekunde. Sekunde. Mhm. Ein auf dem Bauch liegender Mond. Ein Dreieck. Und Stoppschild. Ich habe sowas. Ich. Ich habe sowas nicht. Auf dem Boden. Auf dem Bauch. Also so ein Mond. Ein Mond. Aber liegt halt auf dem Bauch. Oder am Rücken. Oder am Mund. Ist das vielleicht mein Code? Nee. Ich habe hier ein Dreieck. Ja, vielleicht. Probier du den mal selber aus. Ja, ansonsten Sechseck und Dreieck noch, ne? Warte mal, dass ich mich mal hier unten gucken. Ah ja. Ich habe hier auch mein. Äh, das. Ein Viereck und ein Zwei-Vier-Sechseck. Nee. Also mein, es müsste dein Code sein. Wohin, dass Dreieck zeigt. Okay. Sekunde. Ah. Du hast schon wieder runtergefallen. Dreieck zeigt nach links. Ich habe es mal jetzt vergessen. Das Dreieck zeigt nach. Ein Viereck. Okay, okay. Hallo, schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Also es muss dein Code sein. Dann hast du einen Code da für mich? Ja, das ist so ein... Hm. Das sind so drei Striche, die sich in der Mitte treffen. Ja, warte, habe ich. Äh, dann ein Viereck. Ja. Und dann ein Sechseck. Ja, ich bin durch. Ja, schön, jetzt such da mal meinen Code. Hier ist der Code. Ich habe den doch. Ja, aber ich habe... Ein Stoppschild, Sechseck, ein Dreieck, das nach links zeigt und ein Mund. Ach, ein Dreieck, das nach links... Mund? Ja, also der Mond. Das ist... Das sieht aus wie ein Mond, der auf dem Rücken liegt. Ach so. Ja, dann hast du mir das falsch gesagt. So, jetzt. Man, geht doch. Ich habe es falsch gesagt, natürlich. Ja. Du hast mit dem Mund angefangen. Hallo. Wie siehst du denn aus? Ich sehe dein Gesicht nicht. Ich sehe aus wie du. Ah, es ist arschkalt hier. Was? Oh, warte. Oh, shit. Warte kurz. Komm doch mal her. Ah, man kann auch. Wir können Steinschere, Papier spielen. Okay. Warte. Komm. Schnick. Warte. Ja, sag. Schnick. Schnack. Schnuck. Ach so, oh. Ich habe nicht gesehen, was du gemacht hast. Ich hatte Stein. Ich hatte eine Schere. Ah, gewonnen. Drei Streams, ja. Können gut möglich sein. Warte, geh. Ah. Hier muss ich wieder krabbeln. Kannst du halten? Ja. Errungenschaft. Yay. Way out of here. Oh. Ah. Fertig. Durchgespielt. Spiel geschafft. Okay. Huch. Kurz Leggy. Zoom in dem du die Scheißfläche... Okay. Geh nah dran. Ach du Scheiße. Das sieht ja schon mal witzig aus. Schlüssel? Ah, das ist doch bestimmt ein Spiel. Was ist das? Ich muss dir was rüberschicken, oder du mir? Ich habe bestimmt einen Schlüssel. Ich habe einen grünen. Ich habe einen blauen. Ich gebe dir mal meinen. Ah, ja. Ich brauche den auch. Wie verlasse ich hier? Ich habe hier auch so ein kleines Minispiel, glaube ich, gleich. Ich habe den platziert. Ich schicke ihn dir rüber. Ja, okay. Dann warte kurz, dann lege ich dir meinen da rein. Äh. Ja, okay. Aber was kann ich denn hier machen? Das ist so ein Minispiel. Upsi. Bin drin. So was kenne ich, aber... So was kenne ich, aber... Ich sehe rechts nicht, wie die scheiß Fackel ist davor. Mach die Fackel mal weg. So, die... Ich habe keine Fackel. Ich habe eine Fackel. Was ist da? Ach das, geh mal weg. Stopp, 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 stopp. Nein, nein, stopp. Du musst jetzt unten die Krone nehmen und nach oben. Ich habe dir den Weg schon freigemacht. Ah, danke. Hallo, Bailey. Äh, warte kurz. Denau einer links, bitte. Ach, warte, du willst. Ich muss hier noch weg. Ähm... Warte kurz. Warte kurz. Nimm doch jetzt das Reagenzglas nach unten. Nein, mach mal deins nach oben. Ach so, ja, okay. Okay, äh... Oh Gott, ich komme mit der Steuerung noch nie so klar. Ach so, die Krone. Ja, nee, mach mal deine wieder nach links. Ach, die Krone muss nach unten. Ach so. Die muss noch, weil da ist noch eine zweite Krone. Ja. Okay. Ja, mo... Äh, ja. Easy. Was ist noch da? Ja, läuft, ey. Weißbelungen geschafft. Oh, ich bin schon so gespannt. Yay. Boah, wir sind so gut. Ey, Skopel. Das ist nicht zu komplex für mich. Easy. Ich bin ein Profi. Oh, roter Teppich für mich ausgelegt. So mag ich das. Und es ist ja auch was im Cake drin an. Nein, leider. Ja, was ist das da? Also hier sind so Pfeile. Kannst du irgendwo was mit Pfeilen machen? Mh... Mh... Ähm, ja. Also es sieht aus wie so Tresor-Dinger. So ein bisschen. Oha. Oha. Also ich hab hier so vier Kreise. Und da drinnen kann ich einen Zeiger bewegen. Zeiger nach rechts. Ähm... Nee, das ist nur so quasi ein Uhr, zwei Uhr, vier Uhr, sechs... Äh, nee. Zwölf Uhr. Dann hab ich so zwei... Wie viele Kreise hast du? Vier Kreise. Zeiger nach rechts. Nee. Ich glaub, dann haben wir nicht dasselbe. Weil ich hab so vier Kreise in einem Quadrat. Und in jedem Kreis kann ich den Zeiger verstellen. Auf zwölf Uhr, vierzehn, sechzehn, achtzehn, zwanzig und... Also ich hab einmal vier Uhr, einmal drei Uhr, einmal zwölf und einmal sieben oder acht. Okay, dann fang mal einfach mit der ersten Uhrzeit an, sag ich mal. Das ist unten rechts. Mhm, okay. Also... Zweite ist rechts. Vier Uhr. Ja. Dritte ist, ja, unten links. So 15 Uhr sagst du, drei Uhr. Das kann ich nicht. Ja. Das ist... Was sagst du zum Dritten? Ich kann leider bei dir auch nicht gucken. Dritte... Also ich hab hier vier Abbildungen. Und jede Abbildung hat entweder fünf Kreise, vier Kreise, drei Kreise oder sechs Kreise. Und da drin ist halt dieser Zeiger. Dann sag mir, wie viele Kreise du hast. Ja, ich hab... Wie gesagt, entweder... Also entweder fünf... Bei fünf ist es fünf Uhr, bei vier ist es drei Uhr, bei drei Uhr ist es sieben Uhr. Und bei sechs Kreisen ist es zwölf Uhr. Okay. Ähm... Warte, ich schau mich mal weiter um. Was ist das hier? Ich brauche einen roten Schlüssel. Der Shit hat Spaß. Ja? Oh Mann. Wir sind wahrscheinlich einfach zu blöd, das zu erklären. Ja, aber das ist auch gemein. Die können halt auch beides sehen. Die sehen deins und meins. Ja, das stimmt. Das stimmt. Also ich kann quasi sechs Positionen pro Kreis auswählen. Und die haben immer die gleichen Stellen. Ich geh mal... Ich geh mal... Hier ist nix mehr. Hm. Ich hab hier auch nichts. Ich hab hier einen runden Schlüssel noch. Kannst du irgendwie oben, unten links, oben rechts, unten rechts? Oben, unten links, oben rechts, unten rechts. Wie? Äh, oben? Was sagst du? Ja? Oben, unten links, oben rechts, unten rechts. Oben rechts, unten rechts. Ja, aber macht aber nix. Hm. Wie sieht das bei dir nochmal aus? Oh Gott, wir müssen hier gleich auch so auf Zeit ein Rätsel machen. Oh Gott. Wir müssen ja erstmal das hier schaffen. Vielleicht müssen wir erst was anderes machen. Schatz, was hat sie gemacht? Ich hab's... Wer hat hier Mist gebaut? Sie oder ich? Es war offen, aber es hat kein Geräusch gemacht. So ein Klick oder so. I'm sorry. Ich nehm mal den Schlüssel raus. Und tu ihn da rein. Wie sie lacht, wie sie lacht. Doch, Tatja, nein, Tatja, sag das nicht. Du hast kein Bing gehört. Ich komme jetzt rüber. Nee, will ich ihn nicht hier haben. Kann auch gar nicht. Lass mich jetzt rüber. Drück da jetzt den Knopf. Okay. Knopf. Jawohl. Juhu. Oh. Geil. Au, ich hab hier selber einen Knopf drin. Ach, Rolf, wir wollen mich doch verarschen. Ich war zu blöd. Sorry. Was, 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 was. Ich hab das Klicken nicht gehört, der Chat schon. Also das bin ich ja wohl nicht. Das ist ja wohl frech. Komm mal her. Die sagen hier, das Bild wär ich. Das ist ja mehr als frech. Ich bin hochgegangen. Hier, das Bild da. Die sagen, das wär ich. Also das, da, da ist, nee, 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 nee. Da muss ich ein bisschen an Patrick denken. So. Ach, guck mal. Macht das Sinn hier, das Ding? Mit den Punkten? Ja, das ist das Erste. Ja, ja, bestimmt. Okay. Ich lese. So, jetzt hab ich da unten schon was gesehen, wa? Was wir machen müssen? Weiß ja nicht. Also hier ist irgendwie... Kennt sich deine Kamera auch so langsam? Ich hab das voll hochgestellt. Ah, warte mal. Schon bevor wir das Spiel gestartet haben. Okay. Weil ich hab das ja eigentlich immer sehr langsam gerne, aber... Ich hasse das. Das brauch ich doch noch mal. Also was wir hier machen müssen, weiß ich echt gar nicht. Achso, die... Welche Controllerempfindlichkeit ist das denn? Y oder X? Beides. Ach, beides? Aha. X ist links-rechts, Y ist oben-unten. Ah. Achso, wie Mathe damals. Ah ja, das ist deutlich besser. Okay. Verstehst du das, was es hier ist? Ähm. Ich will mal rüber gehen. Tschö. Ich kann ja auch nichts auswählen, ne? Was hast du angestellt hier? Das lief doch vorhin schon nicht. Hey, das war doch perfekt von mir erklärt. Ach, Mann. Was kann ich hier machen? Ich kann hier doch gar nichts machen. Oder muss ich dir was erzählen dazu? Wir sind doch... Wir können doch... Ich war doch grad bei dir. Also bei dir drüben ist ja gar nichts mehr. Freischalten. Ja, nee. Da müssen wir nur... Können wir eine weitere Tür aufmachen, wenn wir einen Schlüssel haben. Aber was ist hier? Was müssen wir... Also ich hab so zwei komische Dinger hier gefunden. Keine Ahnung, was man machen kann. Fünf und zwei. Aha. Achso, oh. Weiß ich nicht, was ich hier machen kann. Ja, ich kann man... Man kann ja nichts machen. Nee. Da ist ein Schlüssel. Da muss man irgendwie was... Sagen. Aber was? Wir haben doch Feuer. Können wir nicht einfach hier uns rausbrennen? Ja, hab ich auch schon gedacht. So, von hier bist du gekommen. Oh. Oben? Ähm... Danke für den Vlog. Danke schön. What? Hat im Chat jemand eine Idee? Nur ein Tipp. Nur eine Idee, ein Tipp, genau. Ja. Hä? Irgendwas, was wir nicht sehen. Du warst gerade bei mir drüben, ne? Hm, da ist gar nichts mehr. Okay, gut. Hast du deinen komischen Schlüssel noch, ja, ne? Ja. Billy sagt, er denkt genau nach. Das liebe ich ja. Als würde ich jetzt nicht schon genau nachdenken. Ja. Ähm. Ich hab die Symbole auch nirgendswo bisher gesehen. Muscheln und so. Muscheln, Kaffeebohne. Ach ne, das sind alles muschelnde Perle. Man kann ja auch nichts anklicken. Da kann man doch was anklicken. Fünf Zeichen. Einarmiger Bandit. Ich spring da einfach rüber. Äh, mein Nachdenken ist, wirst du wendrig und kreischend um das Ding rumrennen. Das ist mein Nachdenken. Hier nochmal rüber. Ja. Nach, toll. Was ist das denn da? Kann ich aufs Bett springen? Was ist das denn? Wie du hast's. Komm mal auf die andere Seite, bitte. Ja. Und los. Aber wie soll man das auch sehen, Leute? Da... Okay, man könnte es sehen. Ja, doch. Man könnte es sehen. Hier. Wir müssen hier zusammendrücken. Wo? Gegen das, äh, Regal. Äh. Ja, äh, willst du von der Seite drücken? Achso. Ach, weil zusammen, zusammen, ne? Ja, zusammen, zusammen. Ja. Nochmal, nochmal. Aber, was müssen wir denn drücken? Ja, einfach drücken und der zieht das wahrscheinlich nach hinten. Genau, perfekt. Ah, okay. Hallo. Nicht der selber. Jawoll. Du den Schlüssel, ich das Ding. Ja. Wannst du hier nix, ja? Guck mal, ob du den Schlüssel hier benutzen kannst. Äh, nee. Wir haben kein Dreieck. Dann drüben. Komm ins Fahrstuhl. Ja. Oh. Äh, ich bin hier drinne. Hallo, Leo. Oh. Das war ja auch nicht nochmal. Hier ist nochmal irgendwo in der Tür. Ich glaube, oben war die. Hier ist sie. Die Vieck. Hier, hallo. Hallo. Wo? Runter. Hä? Ach, da. Rennen einfach vorbei. Yay, es geht. Äh, vielleicht bleibe ich arm. Es direkt hier, weil... Oh. Hä? 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 Oh Gott. Die haben uns voll verarscht. Okay. Ah, hier kann man noch was halten. Halt, halt, halt. Schnell. Was? Halten. Und da vorn drücken? Ja. Ja, Leia. Oh, die Musik ist voll schön. No. So entspannt. Bringt das überhaupt was hier? Weiß ich nicht. Der wird schon schwindelig. Vielleicht sollten wir... Hast du jetzt einfach aufgehört, oder? Ja, ich habe aufgehört. Ah. Schon wieder ein Schlüssel. Haben wir hier? Nichts. Hier ist eine Tür, die kann von hinten hoch. So links hoch oder rechts hoch? Rechts hoch. Also ich bin rechts hoch gegangen. Oh. Oh Gott. Guck mal, hier ist das Spiel. Hier ist das Spiel. Willst du ansagen oder tippen? Äh, ich will ansagen, weil ich bin nicht so schnell mit dem Joystick. Okay. Dann gehen wir wieder rüber. Du musst deine Schwächen auch akzeptieren. Oh Gott, das wird ganz schlimm. Oh Gott, das wird ganz schwierig. Ich sage es dir. Ja. Ah ne, es ist easy. Es ist easy. Ja? Aber es ändert sich ja alle paar Sekunden. Ja. Oben wird immer ein Zeichen angezeigt. Das ändert sich dann immer. Also jetzt zum Beispiel ist diese längliche Muschel. Ja, genau. Und dann muss ich mir sagen, was ich dafür einsetzen soll. Sag, wenn du da bist. Ach, für die längliche Muschel? Genau. Und jetzt ist die, das Runde, der Kreis. Ja, dann kommt so ein, ja boah, wie soll ich das erklären? Ach du Scheiße. Äh, weil wir warten die nächste. Also wie ein Kackhaufen. Das kann ich sagen. Wieder, wieder. Okay, als erstes so ein Blatt, ne? Dann das Runde. Stopp. Das Runde. Was kriege ich für Runde? Für Runde. Fürs Runde. Ach so, und die Kaffeebohne. Ah, sie hat geschafft. Jetzt die Kaffeebohne, Kaffeebohne. Das Runde. Das Runde. Hab ich. Also die runde Muschel, nicht die Perle, ne? Ach, die runde Muschel? Ja. Okay. Hab ich. Ach so, dann hab ich vorhin falsch. Jetzt nochmal das Runde. Also die Perle. Jetzt die Perle. Äh, das Spitze. Lang und spitz. Lang und. Ah, es gibt zwei Lang und Spitze. Ja, aber das von unten. Nicht das aussieht wie ein Blatt mit ein Stängel. Okay. Eine Kaffeebohne? Äh, das aussieht wie ein Blatt mit Stängel. Hab ich. Ja. Aber mir. Ja, okay. Eins noch. Perle. Äh, Runde Muschel mit Öffnung oben. Hab ich. Jawohl. Easy. Yay. Sehr gut. Oh, ein Riesenzahnrad und ein Schlüssel. Hier, kannst du direkt hier durch, glaube ich. Ja, kannst hier direkt durchkommen. Oh, cool. Klopp, klopp. Hallo. Boah. So, jetzt hab ich, ich hab ein Riesenzahnrad. Guck mal, hier unten ging es noch lang. Hast du irgendwo? Hier muss es bestimmt hin. Hier, guck mal. Da, da muss ein Zahnrad rein. Ah ja, perfekt. Jetzt können wir bestimmt drehen. Und da links auch noch. Hier fehlt auch noch eins. Da. Aber weißt du, jetzt können wir schon drehen? Stimmt. Da fehlt auch noch eins. Aber hier ist ja noch ein Schlüssel. Hast du einen gelben Schlüssel? Ja, hab ich. Hier, da gehst du auch rein. Wenn der passt. Ja, passt. Ja, moin. Sag ja, Jasmin, ist das Brain hier. Danke. Hat doch nicht umsonst so einen heftigen Abischnitt. Weird Flex. Ey, hier sind Knöpfe. Köpfe? Guck mal hier. Was? Das hab ich. Die hab ich. Die hab ich alle eingesammelt. Fünf. Na, sehr schön. Das freut mich ja für dich. Ey, wo ist die fünf? Ich seh die fünf nicht. Mach ich erstmal zwei. Eins. Ey, die drei ist in der Eins. Eins, das ist doch falsch. Da muss die Eins rein. Ich hab sie nicht reingesteckt. Drei. Vier. Fünf. Ja. Da ist ein blau. Beleuchten. Oh. Oh. Eine Feder. What? Protokoll zur Gefangenenbefreiung. Ja, das Ding ist an der Wand. Ja, wir müssen jetzt den Schlüssel drehen. Mach das doch fix nebenbei. Ich weiß sogar nicht wo. Warte. Merk dir, was da passiert. Ich dreh jetzt den Schlüssel. Und dann? Äh, ich hab nicht zugeguckt. Ach. Müssen wir gleich nochmal gucken. Warte, bis da die Eins ist. Warte doch erstmal, bis die Eins da kommt. Die Eins. Die Eins war Schlüssel drehen. Die Eins war Schlüssel drehen. Okay, dann warten wir, wenn es wieder durch ist. Mhm. Muss ich gleich nochmal drehen. Oh, nächste ist die Eins. Mhm. Oh Gott, das ist so kompliziert. Okay. Schlüssel? Prisoner Extraction Protokoll. Schlüssel drehen. Ah ja. Ja, hab ich. Jetzt kommt da so Funken. Ja, die sind da auch. Und... Äh... Eins, zwei, drei. Ja, oben rechts eins, unten links zwei, oben links drei. Drei, eins, zwei. Oben links die drei, oben rechts die eins und unten links die zwei. Ich weiß nur nicht, wo ich das eingeben soll. Oh Gott, den roten, den O-roten Schalter. Okay. So, warte. Ich dreh jetzt den Schlüssel. Oh, ich hab die Zahlen wieder vergessen. Oben links drei. Oben, nee, oben rechts, unten links, so und so. Okay. Dann rot. Was für rot? Den roten Schalter hier. Ach so. Ja. Mhm. Okay. Und jetzt? Äh. Hat nicht geklappt. Ja, also Schlüssel drehen. Warte. Ja. Dann kommen die Funken. Ja, ja. So, und wenn die oben... Nee, Funken. Und dann oben rechts eins. Eins, zwei, drei. Ach, nur eins, zwei, drei. Nein, oben rechts eins, unten links zwei, oben links drei. Dann kommt so pinker Rauch. Ja. Dann den roten Schalter drücken. Ich hab noch nichts gemacht. Ich hab noch nichts gemacht. Ach so. Und noch irgendwo einen Schalter. Gibt's noch mehr Schalter? Ja, hier gibt's noch einen Schalter. Die müssen wir gleichzeitig dann drücken. Du musst hier drücken und ich drück da. Aber jetzt haben wir wieder was verpasst. Da war ja noch so ein anderer Schalter. Ja, ja. Ich drehe jetzt den Schlüssel. Schlüssel, ja. Dann 1, 2, 3 weiß, ja, ne? Ja, 1, 2, 3. Und dann den Schalter. Den machst du? Wir beide, du auch. Da vorne am Ofen. Ach, den hier? Okay, ja, mach ich. Gedrückt halten, ne? Mhm. Okay. Das ist nicht der Schalter, oder? Ah, doch. Dann drehen sich irgendwelche Räder. Ja, aber... Aha. Und dann ist da noch irgendwo ein Schalter am Ofen. Genau, der ist hinten. Der ist hinten. Da musst du den drücken. Okay. Und dann kommt blauer Schalter und dann irgendeine Feder entfernen. Okay, gut. Hier ist aber noch was zum Ziehen, ne? Ja, ja, aber das müssen wir ja nicht, glaube ich, ne? Das habe ich jetzt nicht gesehen. Also ihr das nur einmal... Ich muss es einmal komplett sehen. Also Schlüssel. Schlüssel, ja. 1, 2, 3. Dann geht das Ding hoch. Mhm. Dann kommt lila Rauch. Aha. Gleichzeitig drückt, denke ich mal, ne? Ja. Mhm. Dann drehen die Räder. Ja. Dann den Schalter hinten, ne? Ja. Mhm. Und was ist denn das Zeichen da oben? Ach, das ist das, was er macht. Und dann irgendeine Feder entfernen. Ja. Ja, okay. So. Die müsste dann irgendwo aufploppen. Und dann, guck mal, dann. Und dann blau den Hebel ziehen und den Schalter. Oder den Schlüssel. Gott. Okay. Oh Gott, das ist ja voll schwierig. Okay, mach mal den... So, wir machen nochmal. Mach mal den Schlüssel. Schlüssel. So. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Und dann den Schalter. Den Schalter, den Schalter. Ja, 1, 2, 3. Was kommt da nach? Hinten der Schalter, ne? Ja. Okay, haben wir. Sicher, aber es ist jetzt wieder rausgegangen. Ach, guck mal. Muss das hier... Das hier gibt es auch noch was, was man dran halten muss. Was? Und hier ist auch die Feder. Oder? Ja, hier ist die Feder. Ach so, ja, das musst du dann... Ah, okay. Gott. Alter, ist das kompliziert. Für zwei Leute ist das voll viel zu tun. Ja. Ich muss das nochmal angucken. In Schlüssel. Dann geht das an. Oder muss ich 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Aber es reicht ja wahrscheinlich, wenn ich es einmal eingebe, oder? Denk schon. Der lila Rauch kommt ja auch. Okay, gut. Lila Rauch. Dann. Und dann die beiden Schalter. Das haben wir ja gemacht. Komplett durchhalten, ne? Bis sie unten sind. Mhm. Bis unten aufleuchtet. Und dann dreht sich irgendein Ding. Dann geht das dicke Rad. Ja, das hier. Das dicke Rad da. Okay. Ah, und du musst den Schalter und ich muss das hier betätigen. Genau, richtig. Und dann geht das Ding hier ab. Mhm. Das kann ich dann, das können wir dann nähen. Nee, nee, nee. Das leuchtet dann einfach. Ach so. Und dann muss ich den Schalter ziehen. Ach so. Und dann den blauen Schalter. Den blauen Knopf. Und ja. Okay, das kriegen wir doch jetzt hin, oder? Ja, gut. Wir probieren es nochmal. Also, ich fange jetzt an mit dem Schlüssel. Dann 1, 2, 3. Mhm. So. 1, 2, 3. Perfekt. Dann kommt die Liga auch. Sag, wenn du drückst. Ach so. Okay, 1, 2, 3. Ich drücke jetzt. Bis unten, bis aufleuchtet. Dann musst du drücken. Ja, leuchtet. Warte. Jetzt. Okay. Jetzt. Ja, ist wieder ausgegangen. Jetzt. Da müssen wir, glaube ich, schneller sein. Okay, dann lass mich mal den Code eingeben. Wenn du denkst. Nee, aber darum geht es ja nicht. Ich habe ja hier, das letzte war ja, dass ich das hier eingegeben habe. Den Schalter. Und dann nach hinten und dann vielleicht sofort. Da kannst du dich nämlich. Bleib du mal da an dem Schalter stehen. Okay. Und dann sage ich jetzt und dann drückst du. Und hält es gedrückt, bis ich sage loslassen. Ja, das hat schon geleuchtet. Ja, aber das ist ja wieder ausgegangen. Ja, dann bin ich ja rumgegangen. Dann bin ich kurz rumgegangen, um da hinten den Schalter zu nehmen. Drücken, drücken. Drückt halten. Ja. Halten, 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 halten. Meins leuchtet jetzt. Halten, halten. Ah. Halten. So, jetzt rüber zu dem Schalter. Den Schalter hinten. Mhm. Ich drück den schon. Und halten. Und halten. Ja. Ja, ja. Ja, 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 ja. Halten. Ja. Noch weiter halten, ich bin auch nicht fertig. Halten. So, jetzt. Und jetzt ist das, was ist der letzte? Dein Schalter vorne? Irgendein Schalter wieder? Ja, ich ziehe. Achso. Achso. Du musst irgendwas ziehen am Ende noch. Ja, hab ich. Zweimal. Dann muss ich wahrscheinlich nur einmal ziehen. Halten musst du den. Nein, ich kann den nicht halten. So. Dann nur einmal. Ich kann den nur einmal ziehen. Hast den zweimal gezogen? Ja. Okay, deswegen. Wusste ich nicht. Deswegen. Okay, nochmal. Dann ziehe ich den einmal. Dann drückst du den blauen Dingsi und ich drehe den Schlüssel. Ziehen. Halten, halten, halten. Ja. Halten, halten, halten. Ich bin durch. Halten. Ja. Halten. Stopp, jetzt zum Schalter. Und halten. Halten. Ja, ich bin auch gar nicht so weit. Halten, halten, halten. Ja. Und meiner ist jetzt am Ende. Und jetzt drücken. Da, wo du drücken musst. Und dann zum Schlüssel. Ziehen einmal und... Dann zum Schlüssel. Warte, warte, warte. Hast du schon? Warte. Oh. Jetzt Schlüssel. Jetzt hat geklappt. Obwohl ich den Schlüssel schon gedreht habe. Sehr gut. Dann... Oh, das geht jetzt auf. Oh Gott, da passiert was, ne? Du siehst das. Ja. Wow. Spiel vorbei. Cool. So, was jetzt? Jetzt machen wir erst mal Ende für den Part. Oh, gute Idee. Na? Das machen wir jetzt. Und ich muss meinen Autofokus ausmachen. Das mache ich gleich noch mal. Du darfst das Outro machen. Gut, dann hoffe ich euch allen hat der erste Part gefallen von We Were Here Together. Ach du Scheiße. Forever. Warte kurz. Auf Wochenende. Jawoll. Vielen Dank und checkt den Sweet Lou aus in der Infobox und bleibt gespannt auf die nächste Folge. Macht's gut. Tschüss. Willst du auch Tschüss sagen? Äh, lol. Tschüss.